Herzlich willkommen, neues Video von Savage Scooters. Heute sind wir hier, um den Roller von Walter zu besprechen. Ich hatte euch ja in dem letzten Video gesagt, dass der Walter der Kumpel von mir und der Freund von mir ist, der jetzt gerade hinter mir oder hinter euch die Kamera hält. Und er ist mit seinem Roller hier, der war viel, viel schneller als ich. Ich habe es leider noch nicht hingekriegt, den Motor vollständig zusammenzubauen. Es gibt ein paar Gründe dafür, die sind auch ganz cool, aber dazu komme ich irgendwann später mal. Erkläre ich euch. Walter hat auf jeden Fall den ersten Motor fertig. Das heißt, wir haben den Conversion-Motor, also sprich sogar einen PX80-Block, haben wir mit der Kurbelwelle versehen, mit der Platte, die Walter selber noch konstruiert hat, nachverfeinert hat und optimiert hat für Malossi. Das heißt, wir haben die Platte drunter, die Kurbelwelle drin. Was hast du für eine Kupplung drin? BGM, super strong. Also auch BGM, super strong, also fast nahezu identisch, das Setup von mir. Allerdings ein 2,10er Malossi Sport. So, das heißt, es ist nichts gefräst. Hast du irgendwas gefräst? Hast du nichts gefräst, ne? Also es ist nichts gefräst, es ist alles drauf gesteckt. Wir müssen sagen, was die Plug-and-Play-Lösung anbelangt, hier haben wir das Thema, dass wir den 15mm-Versatz, den wir haben, auch irgendwo im Auspuff abbilden müssten. Und das haben wir versucht, ohne Veränderungen am Auspuff zu schaffen. Sagen wir mal so, das geht. Aber diese 15mm bilden sich halt einfach in einer leichten Schrägstellung des Auspuffes ab, wo wir Druck und Zug und Belastung auf den Auslass kriegen. Jetzt haben wir beim Malossi Sport einen Stahlauslass. Der ist geschraubt, das funktioniert einigermaßen. Der wird wahrscheinlich also auch nicht abreißen. Aber da haben wir tatsächlich so ein bisschen die Sorge, optimaler wird es, wenn wir den Auspuff cutten, 15mm rausnehmen. Ich zeige euch das gleich auch mal, wenn wir die Kiste auf dem Prüfstand haben, wo wir das gemacht haben. Und dass ihr den Auspuff ein bisschen nachbearbeitet. Ansonsten ist es eigentlich Plug and Play. Aber der Auspuff sollte, ihr kriegt den drauf gezwungen, ist bedingt schön. Idealerweise vielleicht einfach mal schauen, wie es bei euch sitzt. Und dann in der Mitte mal durchschneiden, oder beziehungsweise den Krümmer mal durchschneiden, 15mm rausnehmen und wieder zusammenschweißen. Da seid ihr einfach auf der sicheren Seite. Was wir jetzt machen für euch zum Ablauf. Wir werden jetzt den Roller testen auf dem Prüfstand. Das heißt, wir haben jetzt eine Vergaserbedüsung drauf. Die blende ich euch jetzt mal ein. Und diese Vergaserbedüsung werden wir jetzt hier als allererstes für den ersten Lauf benutzen. Dann geht es weiter. Dann werden wir den Vergaser modifizieren. Wir haben hier einen 26er Penasco drauf. Den werden wir dann modifizieren. Dann werde ich den nochmal abdüsen nach meinem Gusto. Wir werden gucken, wie die Leistungsentwicklung ist. Und dann werden wir den Vergaser vom Joff aus Frankreich montieren. Und werden dann sehen, wie sich die Leistung entwickelt. Bedeutet, wir werden den hier heute testen. Wahrscheinlich 20, 30, 40 Läufe. Keine Ahnung. Wir werden festhalten, wie er sich leistungsmäßig entwickelt. Also die PS-Entwicklung, die Drehmomentsentwicklung. Ich habe, du kannst es vielleicht mal rüberschwenken. Da steht noch eine 210 Malossensport. Also das ist mein Roller, bzw. der von meiner Frau, den ich jetzt aufgebaut habe. Den können wir dann danach oder irgendwie mit einbinden. Dann probieren wir den auch nochmal aus und gucken, wie viel Leistung der hat. Damit ihr den direkten Vergleich habt zwischen einer PX200 mit 210 Malossensport und einem 80er Gehäuse. 80er Gehäuse mit einem Conversion-Kit jetzt quasi mit der langen Kurbelwelle und dem 210 Malossensport. Eins ist noch ganz wichtig. Wir haben uns, also Walter und ich haben uns entschlossen, den Motorblock aufzuspindeln auf das Zylinderfußmaß von dem Malossi. Man kann diesen Zylinderfuß auch abschneiden. Dann hätte man eine völlige Plug-and-Play-Lösung. Das hat uns aber nicht befriedigt, weil wir einfach die Flexibilität dann nicht hätten. Da müssten wir jeden Zylinder abschneiden, um ihn reinzukriegen. Weil der Zylinderfuß darf nicht tiefer eintauchen, als dann die Adapterplatte ist. Das machte für uns erstmal keinen Sinn. Da ihr den 80er Block, wenn ihr einen 80er Block habt, sowieso spindeln müsst. Das heißt, ihr müsst die Zylinderfußaufnahme sowieso, wenn ihr eine 177er fahren wollt, sowieso aufspindeln lassen. Haben wir uns entschlossen, wir machen das gleich ebenfalls. Nur wir spindeln nicht auf 177er Fußmaß, sondern auf das 210er Fußmaß. Das bedeutet, dass der Zylinderfuß jetzt vollständig eintauchen kann in die Adapterplatte und ein Stück in den Block. Das waren, lass mich nicht lücheln, ich glaube 44 Millimeter? In die Tiefe nur 44, aber ich habe den Durchmesser gerade verstanden. Okay, nein, also wir haben in die Tiefe 47 Millimeter gespindelt und das entsprechend in der Breite für den Zylinderfuß von der 200er. Das ist bei einem 80er und 125er Block eigentlich vernünftig, das zu tun, weil ihr habt dann die ganze bunte Palette der Zylinder, nämlich vom 210er Malossi, 210er Malossi, MHR, Sport, Polini. Ihr könnt dann jeden 200er Zylinder beliebig fahren, wie ihr wollt. Und wir könnten dann am Ende sogar eine Adapterplatte fertigen, die auf 177er funktioniert mit dem 125er Pleuel. Das heißt, ihr könntet die Adapterplatten tauschen auf 177er Durchmesser oder 210er Durchmesser. Und ihr könntet auf einem 80er Block jeden Zylinder fahren von 177 Polini bis 210 Malossi. Eins noch zur Erklärung, wir haben auch getüftelt und gemacht und getan, weil wir ja gesagt haben, wir versuchen den Quadrini noch da drauf zu stecken. Wir haben den Quadrini Zylinder echt vergewaltigt und haben uns überlegt, wie wir das hinkriegen. Wir sind mittlerweile von dieser Idee abgerückt, weil wir einfach auch die Platzverhältnisse unter der Backe sehen müssen. Wir müssen die ganzen Rahmenparameter sehen, die damit einhergehen. Uns ist bisher konstruktiv noch nichts Besseres eingefallen. Wir versuchen das noch. Ob wir eine Lösung finden, weiß ich nicht. Aber konzentrieren wir uns jetzt erstmal ausschließlich auf diesen Motor, 210 Malossi Sport. Und dann, wenn ich ihn fertig habe, ich bin einfach noch ein bisschen hinten dran, man sehe es mir nach, auf den Originalzylinder mit der entsprechenden Kurbelwelle und schauen, was wir da an Leistung rauskriegen. Also ich glaube, die Palette für euch ist sehr ansprechend und ihr könnt damit auf jeden Fall was tun. So, Walter, dann würde ich sagen, jetzt gehen wir mal auf den Prüfstand. Also, für euch jetzt viel Spaß beim Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Wie ich das gerne machen würde. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Heffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Los geht's! Guck mal, wie geil die Kurve ist! Das ist ja echt ein Ding, oder? 4 PS? 4-5 PS? Wie viel Newtonmeter haben wir denn draufgelegt? Wo sind wir denn? 22,6 Newtonmeter. So, wir sind auf 21,6 PS und 22,64 Newtonmeter. Wir haben die Spitzenleistung anstehen bei 6175 Umdrehungen. Also das Spitzendrehmoment. Die Spitzenleistung steht bei 6175 Umdrehungen an. Das heißt, wir konnten jetzt durch die Bedüsung den Motor auch noch ein bisschen Umdrehungen nach hinten raus geben. Also den Leistungspiek nach hinten raus verschieben. Aber schaut euch mal die Kurve an, wie sauber die Kurve auf einmal geworden ist. So, wenn ihr jetzt mal seht, hier oben hatten wir ja den Einbruch. Der ist ja quasi direkt nach dem Peak ist der ja komplett eingebrochen. Da hast du gemerkt, da ging die Leistung nach unten, dann kam die wieder hoch. So, das haben wir jetzt komplett gerade gezogen. So, guck dir das mal an. Wir haben bei 3500, 3700 Umdrehungen knappe 21... Der Motor, der steht vor Kraft. Der steht vor Kraft. Der hat bis... Also der hat permanentes Drehzahl... Entschuldigung, bin total aufgeregt. Merkt man das? Nein. Der hat ein permanentes Drehmoment von mindestens 20 Newtonmeter. Das ist eine Kurve, das ist genau die Kurve von einem 200er Block mit einem 2010 Malossi. Und es ist nichts gefräst, Leute. Nochmal. Der 80er Block hat die Originalüberströmer, wie er sie hat. Wir haben nur die Adapterplatte drauf gesteckt, wo die Überströmer natürlich vorbereitet sind. Und dann nimmt Malossi draufgepackt. Ey, und wir haben knappe 22 PS aus einem 80er Block. Boah. Und das ist jetzt mit meiner Vergaseeinstellung. Ihr habt gesehen, was eine geile Vergaseeinstellung tatsächlich noch bewirken kann. Wenn ihr mit einer Standard 200er Bedüsung, mit Luftfilter und so weiter... Jetzt sollen wir nochmal eine Venturi draufpacken und gucken, ob was passiert. So, das machen wir jetzt als nächstes. Wir packen jetzt nochmal Venturi. Ich hol mal eben schnell Venturi und dann machen wir nochmal eine Runde. Was, glaube ich, gleich interessant wird für die Community ist, wenn wir... Wenn du gleich, wenn ich den Lauf mache, dass du ruhig mal auf den Vergaser filmst. Wenn ich alleine bin, dann ist das immer sehr schlecht möglich. Ja, also wir haben jetzt den VespTec Venturi drauf montiert. Müssen jetzt gleich das Standgas nochmal neu einstellen. Aber auch wenn ich gleich... Wir müssen mal drauf achten und hören, wenn ich das Gas zudrehe, wie relativ schnell der auf Leerlaufdrehzahl zurück ist und nicht das Gasniveau hoch hält und dann langsam fällt, sondern wie relativ schnell er die Leerlaufdrehzahl annimmt. Was bedeutet, dass es dem im Grunde völlig egal ist, auf welcher Drehzahl du dich befindest, weil er fett genug ist, auf den Schieberbetrieb zurückzugehen. So, jetzt haben wir das noch fertig. So, und jetzt kann man natürlich herausfinden, inwieweit ein Venturi möglich Einfluss auf die Leistungsentwicklung nimmt. Das heißt, wir sind jetzt bei 21,65. Jetzt gucken wir mal, wo wir am Ende landen. Also, nächste Runde. Dann schauen wir mal. Pass das Leerlauf für mich nochmal an. Mach jetzt! Mach jetzt! Nächste Runde. 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 Nächste Runde.